Ich will nicht mehr Azir spielen müssen. Ich glaub an dich, Kutsch. Ich glaub nicht mehr an mich. Der Wind ist schief kleiner als drei. Ich glaub nicht mehr an mich. Wollen wir nochmal Azir eine Chance geben, Leute? Meinem alten Nemesis wird nicht leichter später. Zwinker Smiley. Oh Gott, ein Zwinker Smiley-User, Leute. Versteckt euch gegen Mundo. Geben wir auch nochmal für die Annie. Gott, gegen f***ing Akali, Alter. Aiolo, komm. Was soll passieren, Freunde, ne? Wir haben Shurima Abuser im Jungle. Scheiße, da muss ich mich auf was gefasst machen, wa? Ich hasse Azir, ich will den unbedingt abhaken, Leute. Ich kann den so scheiße. Jetzt hab ich 1.11 auf ihn gegangen. Ich komm einfach nicht klar. Ich mach so wenig Schaden. Ich hab gefühlt kitzel ich die Minions. Junge, ich will diesen Champ einfach abhaken. Ich hab die ganze Wave verpasst. Das war eigentlich richtig scheiße für mich. Oh Mann, Alter. Wreckt, 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 wreckt. Kill, solo kill. Let's go. So. Ja, Hauptsache nicht 0.18 gehen. Ich muss einfach beten, dass mein Team gut ist. Ob ich meine... Alter, ist die Kacke, die Akali. Zum Glück ist sie noch schlechter als ich. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn man so ein bisschen aus dem Early rauskommt und ein paar Items kriegt, dann wird der Champ auf jeden Fall smoother. Aber Early fühlt er sich so klanky an, finde ich. Hä? Junge, Junge, Junge. Dieser Akali. Hier mich. Hier mich. Hier mich. Hier mich. Hier. Hier. Hallo. Hallo. Danke. Oh, Junge, Alter. Junge, was? Was machen die beiden da? Klasse. Okay, sie ist einfach... Sie ist einfach Godgamer 2023 oder was, Alter, Dynami? Komplettes Mastermind. Scheiße, das habe ich so missplayed. Ich bin so kacke auf diesem Champion. Oh, Mann. Ich bin so kacke auf diesem Champion. Ich kriege es nicht hin. Wie soll ich den Champion gewinnen? Asi bricht mich, Alter. Asi ist so kacke. Mulder hat 100 Stacks? Okay. Oh, Junge, Alter. Was? 100? Rache, erwache. Junge, der erwacht in 20... 40 Minuten noch nicht. Oh, shit. Die Akali holt ein Quadra, ey. Oh, Mann, ey. Kann dafür nur besser werden. Ja, ich spiele mich einfach bis auf Iron runter und dann wird es ein Selbstläufer. Ich möchte schon sehen, wie die ganze Zeit mit E-Engage der Kali. Ich kriege Plack auf den Arsch, ne? Bitte hol mich hier raus. Ist das scheiße. Da kriege ich gleich noch ein paar Anzeigen rein für Schmerzensgeld, ey. Ich habe Schmerzschaden als Belved, obwohl die drei Kids early bekommen hat. Das geht alles auch weird. Weißt du was, Leute? Wir geben nicht auf. Nummer 4. So, ich mache das jetzt ganz easy, Leute. Wir gehen jetzt Front of Second Wind und ich gehe auch noch Dorans Shield. Ich will einfach nur nicht sterben. Erstmal fangen wir jetzt schön mit einem Dorans Shield an. Na, Freunde, das wird es. Guck mal. Direkt mit Kill-Up-Sahnen. Jawohl. Ah, ich habe den Kill nicht. Der Arsch, der muss abgehakt werden. Alter, finde. Ich habe keinen Bock mehr auf die Arsch, und ich habe noch... Ich habe erst vier abgehakt. Ich will nicht mehr Azir spielen müssen. Ich glaube an dich, Kutsche. Ich glaube nicht mehr an mich. Ich glaube nicht mehr an mich. Ja, mein Team hat mich. Ich darf nur nicht sterben. Botlane hat mich. Ich darf jetzt nicht dieses Ekelschwein sein, was dem das Game verliert. Ach Mann, die verlieren sich selber. Kutsche nicht mal auf Challenger. Ja, aber nicht auf Azir, mein Freund. Okay. Ultras. Not too bad. KCS läuft besser als letztes Game. Aber viel schlechter geht der auch nicht. Fairerweise. Da habe ich das Gefühl, dass ich mit Akali mehr Sustain habe, wenn ich Dorans Shield Plus von Dorf Life habe. Hat die so viel mehr Base Health Region? Mehr Base mehr, ja. Das kommt auch noch dazu. True. Na gut, komm. Wir gehen Base. Wir greeden nicht. Oder? Mano! Oh. Der Flash war jetzt nicht so nötig, aber KCS ist in Ordnung. Ach komm. Ja gut, Ult für Ult und mein Flash leider. Ich will nicht mehr Azir spielen, Mann. Ach Mann, ey. Ich verliere die Leute schon wieder das Game. Ich darf einfach nicht sterben. Dann gewinne ich. Aber das ist schwer, Leute. Wenn man nicht, wenn man scheiße ist. Einfach nicht mehr sterben, Leute, ab jetzt. Mein einziger Assist ist der scheiß Level 1 AFK Kill. Ist auch geil. Ach Mann. Mein Minigame ist jetzt nur noch Grass progen. Oh, Aris Botland. Ich pushe jetzt einfach. Oh no, die hat ein dickes Shutdown. Okay, die Tristana kann mich carryen, glaube ich. Die kann mich carryen, Leute. Es ist Hoffnung da. Jawohl, das ist es, Leute. Ich darf jetzt nur nicht komplett innen. Also nicht noch innen, noch doller. Was will denn jetzt Sergio hier? Nein, der kennt. Oder noch ein bisschen Gold. Wenn der Augeon fahren. Augeon ging fit. Der war cool. Aber Azir finde ich echt schwer einfach. Der liegt mir überhaupt nicht. Was ist jetzt hier los? Warum ist jetzt die Botlane hier? So, jetzt haben wir wenigstens unser Leandris. Ich rufe da mal direkt hin. Lassen wir uns jetzt wieder von den Grubs hier meinen Kontrollen. Ja, lassen wir. Was passiert hier? Was passiert hier? Wie habe ich denn den Lee getötet? Deutsche Power of Evil, Leute. Hilfe. 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 Ein bisschen Mask. Da hole ich ein bisschen Mask. Vielleicht gegen Ari spiele. Ich will mich jetzt einfach in die Fresse von der Ari stellen und die tot tanken. Das ist mein Ziel, dass das klappt gleich. Double Kill. Ich komme. Ich muss hier mal nichts machen. Ich tank euch alle tot. Ich tank euch ja wirklich tot. Scheiße, ich darf keinen Kill kriegen. Nachdem wir in GG Easy schreiben, wichtig. Na klar. Ich habe mir anders vorgestellt, Freunde. Wir haben wahrscheinlich besser spielen können, sage ich ehrlich. Ich bin ja eine Asie-Legende. Okay. Unstoppable. Okay. Ich bin ja eine Asie-Legende. Ich habe nie an mir gezweifelt, Freunde. Jetzt haben wir noch Dings und danach jetzt Frozen Heart oder was? Ein schönes Frozen Heart jetzt hier. Was willst du mehr haben im Leben? 3K Leben haben wir. Mehr Ari, wir beide haben jetzt einen Tanz hier. Traut sich nicht. Loser. Kommt alle! Dieses Beamen, also ich port mich immer, wenn ich dieses mache. Ist das, weil ich Muffin Prediction an habe? Oder ist das einfach buggy und es sieht normal auch immer so aus? Muffin Prediction, okay. Okay, aber haben wir. Ich glaube, das ist locker und locker ein Proofment Prediction. Haben wir. Komm. Hacking up. Ja, wir haben ihn weg, Leute. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Diese scheiß Champion. Wann 24 Stunden Asie-Only-Stream? Wenn ich 10 Kasubs habe, dann mache ich das, glaube ich, angemessen für die Scheiße.